so dann macht das theoretisch auch keinen sinn mehr hier weiter rum zu gammeln ja können wir mal nach hause gehen es macht einfach keinen sinn da können wir uns ja bereit machen für die letzte reise die erfahrungen wir sammeln schön viele erfahrungen da oben haben wir unsere winterresidenz ja verunschte die welt los weiter mir macht es nicht aus noch nicht du willst auch noch mal mal ein oder sich nicht getraut hoha komm schon komm schon komm schon komm schon ja gut aber wir haben nichts bekommen das ist immer so traurig ne das ist irgendwie immer so traurig das haben wir nicht zu oh das ist doch eine scheiß spinne will ich doch gar nicht die spinnen sind eklig das ist eine erholung wieder mit mir zu essen ein na du alter schlinge 1 sag mal was guckst du die ganze zeit raus du hast wirklich nichts zu tun hier an diesem scheiß hausen nichts hast zu tun oh man der arme ich weiß auch nicht also das wäre für mich kein leben ganz ehrlich das wäre für mich kein einziges leben kein stück leben so alter was machst du hier ciao okay so jetzt will ich mal sagen wir packen die erde wieder zurück das hier laufen wir dahin das wäre rottig das fleisch ja die 20 pfeile nehme ich gerne guck mal das eisenschwert dann brauchen wir jetzt noch so ein bisschen lappist dann können wir das schwert noch mal machen also unser erstes schwert noch mal rüsten mal gucken zack hier rein zack hier rein bann ein dann würden wir rückstoß 1 rückstoß 2 raus bekommen die frage ist ja solch bann oder rückstoß rückstoß nicht ich nehme bann weil das aber mehr kostet und das muss glaube ich ein bisschen mehr auch bringen viel aus zack 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 dann 1 rückstoß 1 ist das von eben wieder verschwunden kann das sein wir haben noch so ein bisschen eisen Genau, wir haben da so ein bisschen was. Holz haben wir doch auch bestimmt so. Ja, siehst du. Zack. Ich glaube, das war zu viel. So, jetzt, ich möchte mal ein bisschen rumexperimentieren. Pass mal auf. Wir müssten das Schwert doch eigentlich so hoch aufrüsten können, dass da... Na, was werde ich denn jetzt weg? Nicht wegwerfen. Hallo, danke. So, gucken wir das nochmal. Das nochmal. Nehmen wir das lieber Schärfe 1. Schärfe 1. Das ist aber teurer. Guck dir das an. Schärfe 1. Wir machen das mal so ein bisschen. Haltbarkeit hatten wir auch noch gar nicht. So, guck dir das an. Ja, Bann 1. Ne, dann würden wir unser Bann 1 Teil. Bann 1 ist natürlich verdammt teuer, wie wir es gehen. Nehmen wir das teurere Haltbarkeit. Vielleicht bringt das ja uns mehr. Ich weiß das nicht. Oh, schön. Alter, Finne. Ganz kurz auf-tunen. Guck mal, heutzutage machen wir das mit Autos. Damals hat man sich gedacht, so... Waren wir das mal so, ne? Scheiße. Kann doch nicht euer Ernst sein. 20 kostet das. Okay. Pass mal auf. Das gefällt mir jetzt nicht so richtig. Wo sind die Monster? Wie viel haben wir jetzt hier? Sieben Angriffsschaden. Also ein Diaschwert haben wir jetzt theoretisch gelernt. Na? Hab ich die Hibbox nicht getroffen. Zehn Erfahrungen. Alter, Finne. Alter, Finne. Mit dem dritten habe ich nicht gerechnet. Heinz, warte auf mich. So, pass mal auf. Ich muss hier ganz kurz mal... ...was klarstellen. Mal ein gemeinsames... ...gemeinsames Abendessen hier feiern. Wie viel kostet der Scheiß? 21 Erfahrungen, ne? ...warte auf mich. ...warte auf mich. Ich glaube, da sind hier alles XP-Punkte. Alter, finde ich es sehr gut. Ganz kurz hier rein. Fick dich. Nein, nicht noch mal. Nein, nein, nein. Ah, schön. Nein, nein, nein. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Alter, ich glaube es nicht. In dieser scheiß verfickten Mühle. Fünf Erfahrungen. Wir kriegen nur wieder die Hälfte. Ah, dieses scheiß Spiel. Scheiß, dämliches Spiel. Scheiß, heil. Sechs Erfahrungen. Pass mal auf. Sechs Erfahrungen. Alter, das dauert zu lange. Ganz ehrlich. Oh, Mann. Wie komme ich denn jetzt schnell an Erfahrungen ran? Tja, ich denke mal sammeln, ne? Wir können nur sammeln. Das wäre doch jetzt mal was. Ach, Mann. Warum bin ich denn gestorben eben? Weil ich von der Leiter gesprungen bin. Alter, finde. Wie scheiße sowas auch immer wieder ist. Sieben Erfahrungen. Ach, Mann. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn einfach mal an? Guck mal, da liegen immer noch Erfahrungen. Komm her. Ja, krass. Geil. Aber acht Erfahrungen. Eben hat mir zehn. Müssen wir auf die nächste Nacht warten schon wieder. Oder wir machen es aber mal ganz kurz in den Tunnel auf. Mal in den Schwierigkeitsgrad auf normal. Und dann gucken wir mal im Tunnel, was da so abgeht. Eigentlich müssten wir ja jetzt hier... Müsste ja im Tunnel ja so ein bisschen was spawnen. Da spawnt ja immer was. Eigentlich spawnt er ja immer was. Also warum die Lore jetzt hier weg ist, verstehe ich nicht. Komm eine neue Lore. Da brauchen wir ein paar neue Loren. Die können wir auch gleich mal mit herstellen. So. Ein paar Loren können ja nicht schaden. Dann können wir vielleicht noch ins Neta gehen. Das letzte Mal. Warte mal. Wir müssen mal gucken. Loren haben wir doch... Genau, stell zwölf Lore her. Pass mal auf. Ich mach das erstmal so. Nehme ich mir das Beste raus. 7,5 Angriffsschaden. Nehme ich erstmal unser 7er. Und jetzt können wir ruhig von mir aus 6 Loren herstellen. Das wird mir auch schon reichen. Eigentlich. Mal gucken was passiert, wenn 6 Loren auf der Strecke sind. Das wird dann hin und her Gefahr sein. Aber du hast wirklich an beiden Enden dann höchstwahrscheinlich Loren. Immer Loren. Immer. Kannst du hier die erste losschicken. Zack. Zweite losschicken. Dritte losschicken. Vierte losschicken. Fünfte losschicken. Und sechste losschicken. Die müssen ja alle ja nicht wieder gleich zurückkommen. Theoretisch. Ja, aus der Sichtfeld sind die jetzt draußen. Ich komm dem mal entgegen. Da vorne steht sogar einer. Da kommen alle wieder runter. Ich danke. So. Dein einziges Hin und Hergefahr. Alter, da vorne sind ja noch mehr. Oh, Alter, die Spinne ist in der Lohre. Die brennt jetzt. Okay, das ist krass. Ey, da vorne steht da noch eine. Jetzt beginnt der Spaß. Warte mal, wir machen mal Schwierigkeiten. Die war auch schwer. Ich glaube, da kommen gleich ganz viele von vorne, aber mehr der Sinn ist, dass ich die Spinne jetzt kriege. Da kommt ein Zombie hier. Und da kommen alle. Für Spinne? Nein, hier ist keine drin. Nein, hier ist unser Piepen. lol, ach, unser X-Ray wieder, schön Hä, ja gut, sorry